Musik Eine junge Künstlerin kam heute am 17.12. in den Kunstverein Familie Montes und hat eine offensichtlich nackte Figur gemalt, diese in die obere linke Ecke der Leinwand. Mir fallen als erstes die langen Finger auf, auf den zweiten Blick auch anderes. Hierzu habe ich im Laufe des Gesprächs Antworten bekommen. Und wie kam sie dazu, eine nackte Figur zu malen? Außerdem hat sie eine weitere Figur gemalt, in grün, auf der Höhe des Schriftzuges des Projektes. Ein ganz normaler Herbst, nur anders 2020. Wie ich erfahre, hat sie damit eine Einladung an andere Künstler geschaffen. Ich habe sie als erstes gefragt, warum sie ihre Figur da platziert hat, wo sie ist. Hier ist die Künstlerin Meret Kern. Also ich glaube da war es auch ein bisschen zwangsgegeben, sozusagen, weil eigentlich, wie man sieht, kaum noch irgendwie eine weiße Fläche frei ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich mich gerne am Rand positioniere. Also vielleicht fühlt man sich dann einfach wohler. Theoretisch wäre es ja eigentlich nicht mal mehr Teil des Bildes. Aber das haben ja auch schon Leute vor mir gemacht, Künstler vor mir. Also ich hatte eigentlich ein Konzept, aber das habe ich eigentlich beiseite gelegt, sobald ich hier in den Raum kam. Und ich glaube, es ging auch relativ vielen so, was ich gehört habe. Und habe dann, glaube ich, einfach nur gefühlt, also gemalt, wie ich mich fühle. Also so, ja, also in der Sekunde, wo ich halt dann male. Ich denke dann eigentlich gar nicht nach, sondern ich habe halt, ich sehe auch gar nicht, was ich male, also ich habe keine Idee, was ich malen möchte, sondern es kommt halt dann sozusagen mit jedem Farbauftrag. Dann kommt ein Gesicht. Ich wusste, dass ich eine Person male, also vielleicht einen menschlichen Körper. Ich will auch gar nicht unbedingt definieren, also ich weiß auch nicht, ob ich Frau, also welches Geschlecht sozusagen eigentlich auf das Bild kommt. Das ist auch nicht so der Vordergrund. Ich glaube, ich male oft nackte Menschen, weil ich vielleicht einfach diese Entblößung auch so eine Art, also man ist halt frei von manchen Sachen, also man ist frei von diesen gesellschaftsgegebenen Kleidungen, also was man halt so tragen kann, was man sich leisten kann, aber gleichzeitig ist man halt auch einfach entblößt und sozusagen für die Blicke frei, was einen auch irgendwie nackt macht, also halt plakativ dann. Ja, ich neige oft dazu, wenn ich male, illustriere, darstelle, sehr große, klobige, lange Hände und auch Füße zu malen. Ich weiß nicht, das mache ich einfach. Ja, ich mag das irgendwie. Das hat auch so etwas Unförmiges, also das ist so, ja, also hat so etwas Tollpatschiges. Also man, aber auch gleichzeitig drücken ja auch größere Hände Stärke aus. Also zum Beispiel sagt man ja auch, dass willensstärkere Menschen, also das auch durch größere Hände sozusagen gezeigt werden könnte. Ja, einfach lange Finger, das ist, vielleicht ist es auch eine Art Selbstbild. Also es kann ja auch, man neigt ja auch oft dazu, so ein bisschen sich selber zu malen. Also man, jede Art, wenn man etwas, also man bringt ja etwas aus sich heraus und dementsprechend ist ja eigentlich alles, was man so erarbeitet, irgendwie eine Art Selbstbildnis. Ich habe die Figur da unten positioniert, da sie einfach, also der untere Bereich ist eigentlich komplett, war noch nicht wirklich Teil des Gesamtwerkes. Also das war irgendwie einfach die Überschrift und niemand hat sich so richtig getraut, die anzurühren, weswegen das auch so eine Art Sockelform hatte, was ja, also eine Leinwand hat keinen Sockel, also das ist ja keine Skulptur. Also man könnte natürlich eine machen, also es wäre dann vielleicht eine andere Art von Kunst, aber ja, einfach um den Raum da auch mal einzunehmen und dazu ist sie halt auch ausgefüllt, damit auch ein anderer Künstler auch sich entscheiden kann, dann darauf wieder drauf zu malen, zu sprayen oder sonst was zu tun. Ja, also es ist halt eine reine Fläche eigentlich. Also ich habe ja keine Schattierungen, ich habe keine Muster oder sonst was gewählt. Es ist sehr einfach, sehr einfach damit zu spielen. Also ich wollte eigentlich eine Art Einladung schaffen, dass man den Raum auch noch mal weiter nutzen kann. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach Grün. Also ich hatte so ein Kaiserblau, ein starkes Pink, also so Magenta und halt dieses Grün. Und ich glaube, ich wollte einfach, es hat ja sowas, jede Farbe hat ja einfach eine Wirkung auf einen und es hatte einfach anscheinend so eine beruhigendere Wirkung auf mich. Ich weiß nicht, vielleicht war mir auch einfach der obere Teil zu farbimpulsiv, weswegen ich vielleicht was Beruhigenderes brauchte. Also kann ja auch sein, man spiegelt ja oft seine Wahrnehmung nochmal dann auf das Bild. Eigentlich dachte ich halt, dass vielleicht noch mehr Platz da sein würde, was halt jetzt nicht so war, was auch voll gut ist. Also es heißt ja, dass schon viele gearbeitet haben, ist ja schön. Einfach, ich dachte, keine Ahnung, vielleicht könnte man sich sozusagen, weil es ja eigentlich eine Art Gesellschaft ist, also es ist ja eine Art, jeder Künstler hat ja etwas von sich raufgebracht und dadurch entsteht ja eine Masse an Ideen und Gedanken. Und das ist ja eigentlich wie diese Art, wie eine Menschenmasse draußen gerade, also etwas sehr, was einen sehr überfordern kann gedanklich. Und ich wollte halt eigentlich eine Person malen, die sozusagen eine Art Raum um sich schafft, vielleicht durch so eine Art Handhaltung, also das sozusagen, keine Ahnung, das so von sich wegdrücken oder so und dadurch halt so eine Art Raum um diese Masse entsteht, also irgendwie so, keine Ahnung, nicht in der Mitte oder so, sondern so äußerlich, also so eine Art Überforderung durch dieses ganze Bild und dann diese, ja genau, so versuchen, ja aber auch gleichzeitig es nicht richtig schaffen, weil man kann halt, also man schafft es ja nicht, also man ist ja abhängig auch. Das war so mein Gedanke. Das war interessant. Und reflektiert. Merit ist Anfang 20 und studiert an der HFG, wie sie mir später noch verriet. Sie studiert zusammen mit Jakob Diekmann, welcher auch heute an der Leinwand gearbeitet hat und den ich gleich zu seinen Motiven befragen kann. Der Apfel und der Hammer spielen als Symbole dabei eine Rolle. Übrigens ist die Abgrenzung der Leinwand mit den gelben Klebebändern längst Geschichte. Die Künstler haben sich ihre Freiheiten genommen und werden sie sich weiterhin nehmen bei ein ganz normaler Herbst, nur anders 2020.